Ming-Fründe, großartig, dass ihr heute alle hier seid, bei dieser ganz besonderen Festlichkeit. Wir haben gerade die fünfte Jahreszeit, für uns alle sicher mit die schönste Angelegenheit. Alle schunke und feiern und singen zusammen. Da stehen Lust und Laune förmlich in Flammen. Ob ein Lappen, ein Teufel, ein Clown oder hier vorne eine nette Katze in Hellbraun. Der Karneval ist volksnah, verbindend und integrativ. Da würdet ihr alle wohl sagen, ja, definitiv. Der Karneval am Rhein, fühlt sich da wirklich jeder daheim? Zumindest all die netten alten weißen Herren. Man hört sich häufig kilometerweit plärren. Yvonne, du bist ja auch ein lecker Mädchen. Da platzt an der Butze doch gleich mein Nädchen. Also mit Frauen an der Spitze, das ist ja natürlich so ein Thema. Mit alten weißen Männern, das ist auch einfach bequemer. Versteht uns nicht falsch. Wir lieben in Köln der Karneval. Mit all seinen Facetten. In Köln einfach am schönsten. Nicht wie in gewissen anderen Städten. Er war die Verantwortung. Also gesellschaftlich und sozial. Die ist ja, man soll mal sagen, nicht ganz so optimal. Die ganzen etablierten Akteure, die sollten es vielleicht lieber machen wie ihre Friseure. Sich den Kopf mal waschen lassen. Und die Spitzen mal anpassen. Und in der Prinzengarde sitzt sogar noch der ein oder andere AfDler. Und jetzt findet mal den Fehler. Der Tritschler zum Beispiel. Ein ganz toller Mann. Der hat nicht nur an Karneval sein Schweinchenkostüm an. Karl Küpper soll zu Recht ein Denkmal errichtet werden. Nur verkleiden sich hier mitunter auch die Falschen als rechtmäßige Erben. Da redet der Karneval von adäquatem Niveau. Na dann, liebe Leute, sag ich mal Chapeau. Bisschen links, bisschen rechts. Bisschen links, bisschen rechts. Ja, aber wir wollen doch den Spaß nicht verlieren. Ja, lieber Heinz. Du scheinst es noch immer nicht zu kapieren. Wir alle wollen Spaß. Wir alle wollen schunkeln. Aber wir müssen reden mit Heinz übers Gesicht verdunkeln. Liebe Karin. Dinge kritisch zu hinterfragen ist oft wertvoll. Ja, aber mein Indianerkostüm steht mir doch so toll. Darf ich das Kostüm denn nicht mehr tragen? Darf ich das denn nicht mehr sagen? Ja, also, wir haben 100 Leute gefragt. Und keiner hat was dagegen gesagt. Im Fernsehen habe ich dazu letztens gesehen eine besondere Audienz mit dem Who is Who der deutschen A-Prominenz. Da ging es genau um solche Themen. Man fühlte es förmlich in ihnen schwelen. Ich nenne hier heute Abend jetzt mal keine Namen. Aber diese Art, Mensch, sollte man nicht sprechen lassen in so einem Rahmen. Der Unterschied zwischen denen und ewig gestrigen Ist, da würde ich schwören. So groß wie der Unterschied zwischen Karotten und Möhren. Die letzte Instanz würde ich es nicht unbedingt nennen. Da muss man nicht besonders schlau sein, um das zu erkennen. Ein neuer Karnevalsverein hört man die Leute munkel. Soll angeblich mal in ein paar anderen Ecken unterstützen beim Schunkeln. Damit dann nicht immer nur alle ganz brav. Gölla alav, gölla alav. Damit man den Grundsatz mal wieder mehr pflegt. Und nicht vergisst, wofür der Karneval eigentlich steht. Mit uns, mit Kenan, dar molli 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 mit. Mit uns, mit Kenan, dar molli 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 mit.